Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest und das Buch heißt Medikamente im Test und der Abschnitt Rosazea im Kapitel Haut Haare endet mit dem letzten bewerteten Medikament und Wirkstoff, dem Wirkstoff Metronidazol äußerlich angewendet. Der ist geeignet bei Rosazea und Grün bewertet damit im Ampelsystem der Stiftung Warentest. Metronidazol in Klammern äußerlich. Die Arznei wirkt vor allem anti-entzündlich und vermindert dadurch die Anzahl entzündlicher Knötchen und Pusteln. Die Haut ist nicht mehr so rot. Grün geeignet bei Rosazea. Der erläuternde Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Metronidazol bei der Behandlung der Rosazea ist ausreichend belegt. Wichtig zu wissen, länger als 6 bis maximal 12 Wochen sollten Sie die Arznei nicht anwenden. Es sei denn, der Arzt hat dies ausdrücklich empfohlen. Bessert sich der Hautzustand in dieser Zeit nicht. Merklich sollten Sie die Behandlung abbrechen. Metronidazol zersetzt sich unter UV-Bestrahlung. Meiden Sie daher nach dem Auftragen der Präparate die Sonne. Die Arznei kann die Haut austrocknen. Insbesondere zu Beginn der Behandlung kann diese sich röten und brennen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrung sollten Sie beide Medikamente bei Kindern und Jugendlichen nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen zur Anwendung der Mittel während der Schwangerschaft vor. Einige Studien zur Anwendung in der Frühschwangerschaft haben Hinweise auf eine erhöhte Rate von Fehlbildungen. Metronidazol geht in die Muttermilch über. Sie sollten mit dem Arzt besprechen, ob der Nutzen der Behandlung mit Metronidazol die Risiken überwiegt. Auf der Brust sollten Sie das Präparat nicht auftragen. Damit der Säugling es nicht beim Stillen mit aufnimmt. So, das war es für heute. Der Abschnitt ist fertig. Morgen gibt es einen etwas längeren Abschnitt. Dann geht es um Schuppenflechte. Hier kommt mein Schmierpapier rein. Und ich wende mich jetzt der Einnahmenüberschussrechnung zu, weil es heute so wenig war zum Vorlesen. So. 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 Vielen Dank.